Die Metropolregion Nürnberg ist für mich der Hidden Champion unter den deutschen Metropolregionen. Und die Willkommenskultur ist hier das A und O, um aus dieser Verborgenheit herauszukommen und in die Offensive zu gehen. Willkommenskultur heißt für mich erstmal ein warmer Empfang und Offenheit. Ich glaube, das ist etwas, was wir alle haben und was wir einfach nur leben müssen. Und damit auch ein gutes Umfeld bereiten für all diejenigen, die aus dem Ausland zu uns kommen und gerne hier bei uns arbeiten würden und auch gute Chancen haben werden, in dieser aufstrebenden Region, in der immer mehr junge Menschen zuziehen, zu arbeiten. Dabei ganz wichtig ist Offenheit, eben auf die neuen Bürger offen zuzugehen, auf die Angehörigen, auf die Familien und dann eben dieses Miteinander zu gestalten. Und ich denke, in den Betrieben ein wesentlicher Faktor sich auch Zeit zu nehmen für diese neue Ankündigung. Was ist für mich Willkommenskultur? Ankommen, sich wohlfühlen, sofort integriert fühlen und innerhalb kürzester Zeit Wurzeln schlagen. Was ist für mich Willkommenskultur? Das heißt, sich eng mit der Metropolregion jetzt schon zu verbünden und ein Leuchtturm letztendlich zu sein und zu sagen, es gibt starke Unternehmen, die nach Diversity-Gesichtspunkt unterwegs sind, die nachhaltig wirtschaften, die zukunftssicher sind und die in gewissem Rahmen auch das Gesicht der Metropolregion prägen können. Dass man sich als großes Ganzes begreift und da eben attraktiv für die zuwandernden Fachkräfte zu sein. Und da gehört sicher eine Vielzahl an Aktivitäten, an Maßnahmen dazu. Das ist eine Aufgabe für alle Bewohner, Institutionen, Mitarbeiter der gesamten Metropolregion. Das ist eine Aufgabe für alle Bewohner, Institutionen, Mitarbeiter der gesamten Metropolregion. Das ist eine Aufgabe für alle Bewohner, Institutionen, Mitarbeiter der gesamten Metropolregion. Das ist eine Aufgabe für alle Bewohner, Institutionen, Mitarbeiter der gesamten Metropolregion. Das ist eine Aufgabe für alle Bewohner, Institutionen, Mitarbeiter der gesamten Metropolregion.